Boah, weiter geht's mit den Kapitel 2 oder 3, ich weiß es nicht. Ich hoffe, jetzt auch jemand drin, der uns nicht den Kopf abhauen möchte. Ja, das, das war ein Haus oder es ist ein Haus. Es ist nicht so schlecht, wie es sieht. Ich weiß, wie ich es. Das wird funktionieren. Es sieht ziemlich schlecht für mich. Es ist besser, als wenn wir den langen Weg umgehen. Wenn wir das überleben, werde ich nicht über die Räume überlegen. Craig und ich haben es eins von eins geflogen. Aber ich glaube, wir haben Zeit für das. Folle meine Lied. Ja, ist ziemlich sicher. Ist ziemlich sicher. Irgendwas passiert wieder. Irgendwas mache ich falsch oder der andere dahinter wieder vor mir. Warte doch. Irgendwas mache ich falsch. Boah, Mann. Ähm, ja. Irgendwas passiert ja, wenn diese Biken, da wir zwischen sind. Also, ich muss ja wieder raus, der andere. Äh, äh, hoch. Oh, zs. Wow, wow, wow. Wow. Da ist sie angeschossen worden. Spreng! Spreng! Oh, ah! Sam, jump! Oh, ah! Ah! Michonne, du bist okay. Ich werde dich nach Hause bringen. Und diese auch nicht weit, die Dinger. Das kann ich mal ähhhhh sagen. Besonders ein Vater bestimmt. Das war's. Sie ist tot. Geh dich auf, Sam. Warum hat sie dich verlassen? Sie hat mich verletzt. Ich habe sie gesagt, dass meine Familie sterben war und das war genug. Sieht so, dass du all die verletzungen hast. Das letzte Mal, ich dachte, dass wir nur die Sachen auf der Ferie schlafen können. Aber Gregg, er... Er hat nicht gedacht, dass es sicher ist. Ich weiß nicht, ich muss nicht... Ich muss nicht... Entschuldigen... Gott, ich bin schrecklich. Ich habe das Recht. Ein verletziger Weg. Du wirst nicht so gut sehen. Ich fühle mich noch schlimmer. Ich spreche. Ich wollte dich nicht schlafen. Bleib mit dir, Sam. Was willst du mir sagen? Alles, bitte. Okay, was ist dein Lieblings-Werrück? Nicht fair, Michonne. Das ist schlafen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Michonne hat sich selbst ein bisschen schlafen. Ich habe das. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist zu gefährlich hier. Dad war richtig. Er sagte, nien von uns sollte die Haus verlassen. Walkers sind Probleme. Menschen sind schlimmer. Ich habe nicht gehört. Es war nicht dein Problem. Es war nicht dein Problem. Was passiert zu Greg? Das ist nicht was er zu denken. Wir helfen ihm verstehen, Sam. Manchmal kann man nicht gut aus einer schlechten Situation zu machen. Greg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie soll ich sagen, meine Vater über Greg? Es wird ihn verletzt. Ich weiß nicht, ob ich kann... Ich weiß, ob ich... aus dem Tod. Du weißt, wie ich hier weiß. Ich weiß nicht wie ich. Nachdem Mom... er... nicht ein Fan von schlechten Sachen. Er ist. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Sam. Sam. Wacht. Sam. Natürlich! Einfach, einfach nur cool ist die! Ich mag sie gerade mehr als in die Serie! Ja, das würde ich nicht empfehlen! Äh... Hinter mir vielleicht! Die wollen mich fressen! Hallo, geh weiter! Die haben die Ruhe weg, ehrlich! Was denn jetzt passiert? So würde ich nur sagen, ist abgehackt! Da bin ich aber ausgerüstet! Verlebt Blut! Blutschwur, das ist gar nicht gut! Geht's noch? Nein! Ich bin ein bisschen! Ich bin nicht facken! Sam ist noch nicht alive, aber sie werden nicht lange, wenn du uns in sie lassen! Sie werden nicht. Sie werden nicht. Vielleicht hast du sie! Oder du... Vielleicht wird sie hier kommen und alle! Ich kann nicht das Risiko! So einfach put Sam down, und leave! Sam trusted me to get her home. How do you think I found this place? I'm doing this for her, not you. Shit! Hurry! She doesn't have much time! Living room! On your left! Sam? Sam! James, Alex, get back! Your sister is hurt! What's wrong with her? She's bleeding! Sam! This is bad. This is really, really bad. Can I help her? Okay. What's your name? It's James. Okay, James. It's a lack of hesitation. It's kind of a point. It's a lack of reflection. You look at it. It's a kind of… It looks like a face. It looks like a mirror. It looks like a mirror. Was machst du mit dem? Sam? Sam, ich habe dich. Ich bin hier. Ich muss die Schmerzen. Sam! Ist die Blut noch in da? Ich habe nicht durch. Wir müssen, wir müssen raus, oder? Es ist zu viel Blut. Natürlich! Es ist. Es ist die Kugel. Er ist das. Hatsang. Oh nein. Nein. Das tut doch weh. Wunde verbrennen. Wunde erschließen damit. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Es war schlossen, die Wunde. Ich will gar nicht. Sie tot? Nein, nein. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich bin Sam. Dann sollte ich dich auf dem Tisch liegen. Look at me. I don't know who the hell you are, but... Dad! Dad? Where's Greg? Sam should be the one to tell you. Tell us what? Greg didn't come back with them. What? What do you mean? No. It's okay, boys. It's okay. I'm here. It's okay, Gordon. Oh, Oh! Oh, Hmm. Oh, 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 oh. Oh, 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 Kolette? Elodie? Kolette und Elodie. Die Mädchen sind hier? Ich kann nicht wissen, was mit dem Mädchen geschehen ist. Suche nach Hinweise für verschwindende Mädchen. Herr Rottie. 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 Ich bin mir gedacht. Oh Gott. Hi, you've reached Michonne. Please leave a message after the call. They tried to call me? Hey, they're Ryan. How did I miss that? God damn it. What the hell happened here? You'll have this all behind. Okay. Hello? Michonne, it's Donna. Donna? Donna? I was trying to get a hold of their dad. Are they close with you? I don't know where they are. No one's answering. Half the lines are disconnected. I've been looking for them. Me too. God, I hope they're okay. I talked to Dominic earlier, but there was screaming. Christ, it was horrible. I don't know if it was him or who, but God, Michonne, he sounded so scared. The girls too. They're crying. They're crying. They're dead. Poor things. They must be terrified. Donna? Where was he taking the girls? Here. To my place. Outside the city. Thought it'd be safer. But they should have been here. Hours ago. We have to find them. They could be anywhere. And if we can't get a hold of them, I don't... I'm going to keep searching here. Hey, what are you... Oh, please. Please, no. Please, no. Oh, my God. Donna. Donna, get out of there now. Donna. Oh, who's Donna? Hm. Tch. Did... Did you say Donna? Ja, hab ich. Äh, wie weiter geht die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Ah, 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 oh. Mmh. Mmh.